Wie ist das mit Dokumentation? Darf man Dokumentation schauen? Wenn das erlaubte Dokumentationen sind, dann kein Problem. Bedeutet, jemand möchte jetzt eine Tiersendung zum Beispiel sehen, Dokumentation, eine Tiersendung über Ali Schwarzer zum Beispiel. Hier sollst du auch das Bild duckel schalten, weil sonst bekommst du Angst mehr als Frau dem Löwen. Aber diese Hintergrundmusik, dann schaltest du leise. Thema ist gegessen. Okay? Es gibt Leute, die sagen dir, nein, und geht nicht, und der Zorn Allahs und die Steine, und ich bin weg von dir. Subhanallah. Er hat doch das, was verboten ist. Allahs eliminiert. Dann ist die Sache vergessen. Anders ist es, wenn du zwar auch stumm schaltest, aber da ist Habibi und Habibti in der Dokumentation. Dann kannst du nicht sagen, Alhamdulillah, ich höre nichts. Geht nicht. Okay? Sonst im Allgemeinen, Dokumentation, wenn daran nichts liegt, ist kein Problem. Wallahu ta'ala, ala, wa'alam. Musik 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 Musik